Hallo! Wir sind's wieder, eure Lieblings-Effiotlerinnen. Der Aschermittwoch und damit die Fastenzeit steht ja schon bald wieder an und wir dachten uns, wir machen es dieses Jahr mal ein bisschen unkonventioneller und verzichten statt auf Süßigkeiten auf Plastik. Das heißt dann im Klartext, allen Plastikmüll, den wir in diesen sechs Wochen produzieren, packen wir in das kleine Marmeladenglas und hoffen, dass wir euch am Ende ein leeres Glas zeigen können und gar keinen gelben Sack benutzt haben. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch mitmacht und Plastik fastet, so gut es geht in diesen sechs Wochen. Wir werden am Ende euch nochmal unser Glas zeigen und ihr dürft uns auch sehr, sehr gerne ein Foto von eurem Glas schicken. Und unter all diesen Einsendungen werden wir dann am Ende ein paar Gutscheine vom Unverpacktladen Kaufsohne in Burghausen verlosen an euch. Und nochmal zur Erinnerung, die Fastenzeit geht vom 17. Februar diesen Jahres bis zum 3. April, also von Aschermittwoch bis Karsamstag. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr auch dabei seid und mit uns das rockt. Bis dahin. Dann gutes Gelingen von uns. Ciao! Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.